Das Leben schenkt dir nicht die Menschen, die du möchtest. Das Leben schenkt dir die Menschen, die du brauchst, damit sie dir helfen, damit sie dich verletzen. Auch um dich zu lieben, ebenso um dich zu verlassen. Vor allem, um aus dir den Menschen zu machen, der du schon immer werden wolltest. Sie haben vielleicht dein Herz gebrochen, aber vielleicht haben sie auch ihres bei dir gelassen. Ohne all diese Menschen und Erfahrungen wärst du nicht der Mensch geworden, der du heute bist. Sei dankbar. Menschen kommen und gehen. Wenn sie dich verlassen, gibt es dafür Gründe. Sie helfen dir, dich wandeln zu dürfen. Sie helfen dir, neue Türen öffnen zu können. Sie helfen dir, dein Leben wieder neu und spannend zu gestalten. Sie helfen dir, dein Leben erfolgreich zu gestalten. Bereue nichts und niemanden, der in deinem Leben wichtig gewesen ist.